UNTERTITELUNG TOR Ganz anders an die Sache rangehen, da muss man kompakt stehen Geht der rein, der geht an den Pfosten, aber aufgefasst TOR Da stand er genau da, wo er zu stehen hat Großes Fußballkino, ein fantastischer Torwart Wohl dem, der so einen da hinten drin hat Unglaubliches Tor Bestimmt bereits gefragt, seit wann gibt es Achtung! Millimeter am Tor vorbei Jetzt schießt er, und? Super, wie er diesen Ball noch rausholt Es gibt Eckball Was? Und er ist drin! Dreimal hintereinander am Stück, der klassische Head-Trick, super! Aber gucken wir mal in den Augen in der ersten Halbzeit gesehen an Wir haben Halbzeit, Frank, ist das jetzt schon die Vorentscheidung gewesen? Der Platz, den er braucht Achtung! TOR Sämtliche Daumen haben wir gedrückt für die deutsche Mannschaft Und es hat geholfen Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Mehr erlauben Die Mannschaft braucht ihn Und Achtung, Freistoß Und er trifft Manchmal musst du als Kommentator den Torwart verprügeln Aber da werden wir jetzt mal an dieser Stelle drauf verzichten Also definitiv, denn das ist eine klasse Leistung bisher Hier ist auch gar nicht viel zu machen Da sollten sich andere mal an die Nase fassen Da stimmt einfach im Augenblick alles bei diesen Jungs Schon wieder ein Sieg Da hat der Trainer, da haben die Fans natürlich großen Grund zur Freude Absolut Manni, sie sind in Topform Und das haben wir auch heute wieder gesehen Großes Potenzial in dieser Mannschaft Und das ist natürlich der wichtige, der große Schritt